Was sind das? Kommt, Preisfrage? Genau, Kesslerkerne in Sesamöl angeröstet, dann kommt Puderzucker dazu und dann dieses unglaublich schöne Wort, die Kerne werden jetzt erstmal karamellisiert. So, es gibt nämlich ein Tandori Lachs, schön mit diesen karamellisierten Nüssen und Kichererbsen und es ist wirklich ein Blitzrezept, es geht unfassbar schnell. Karamellisieren, Kichererbsen dazu, die sind aus der Dose, die könnt ihr natürlich auch selber kochen oder auch im Glas kaufen oder eine Dose kaufen. Und dazu kommt jetzt Kokosmilch, ein Schlückchen Sahne, erstmal machen wir ein bisschen Sahne rein, dann kommt auch gleich die Kokosmilch rein, aber vorher nehme ich noch aus meiner Zauberreibe. Ja, Herr Halder, da kommt ein bisschen was hin. So, dann Kokosmilch. Oh, die ist aber schon creme, das ist fast wie Joghurt. Geil, wa? So. Und das jetzt schön köcheln lassen. Und jetzt kommt eine Zutat dazu, die ich unfassbar liebe. Also wirklich, Spaß beiseite. Ich liebe das. Tandori Paste. Die gibt es in scharf und in weniger scharf. Und ihr nehmt die in weniger scharf. So, und jetzt hat man schwuppi-schwupp schon mal ein saugutes Sößlein. Ein Lachs. Kleiner Indianertrick, ja, oder Tipp. Je dünner die Äderchen, die Fettäderchen sind, desto qualitativ hochwertiger ist der Lachs. Ja, also je dünner die Fettäderchen, desto besser ist der Lachs. Und der kommt jetzt hier in die Soße rein. Kleingeschnitten. Und dieses Salz dazu. So, und jetzt lasse ich diesen Lachs schön in der Soße nur warm werden, ja, dass der so ein bisschen glasig wird innen. Ja, das dauert jetzt vielleicht so zwei Minütchen. Ab jetzt. So, das schaut gut aus. Nicht länger. Also der muss in der Mitte noch schön nicht durch sein. Also glasig. Ja, verstanden? Und jetzt wird es nochmal spannend. Ich habe hier gekochte Pellkartoffeln. Ja, die sind hier drin, aber so viel brauchen wir gar nicht. Die hole ich immer hier raus. Und diese warmen Kartoffeln, die werden jetzt so ganz leicht gemanscht. Nur so ein bisschen. Die Butter mit dazu. So, und jetzt kommen die Kartoffeln mit der Butter. Hier auf den Teller. So, Mantschkartoffeln. Okay. So, und obendrauf kommt dieses Lachstandoori. Meine Lieben, wir sind nicht im Sterne-Restaurant. Ich sage das immer wieder. Wir sind nicht im Sterne-Restaurant. Schmeckt aber unfassbar gut. Dann komm her. Hier. Limette. Kennen wir alle von geilen Drinks. Aber ich mache das so. So, frischer Limettensaft. Achtung. Rue to one. Fleur de sel. Ja. Komm, 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 komm. Wenn ich mir hier so viel Mühe gebe. Hier bin ich so. Wow. Das ist ein tolles Gericht. Geht unfassbar schnell. Ist nicht teuer. Kauft im Supermarkt einen guten Lachs. Kartoffeln habt ihr zu Hause. Von dort die Pasta einmal einkaufen. Kokosmilz. Ich so wieder. Ein Schluck Sahne dazu. Und alles wird gut. Guten Appetit. Blitzrezepte à la Christian.